Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, dem 14. Juni. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Janus Wien hier und ich habe wieder neue Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Huawei, gehen weiter zur Champions League, zu Logitech, zu Samsung, zu Amazon Smile, zum Google Pixel 2, zum Core i9, zu Instagram und zu Playlink. Wir beginnen bei Huawei und die haben heute eine sehr große Zahl rausgehauen, die große Zahl betrifft, die zu erwartende Investition, die Europa für den Netzwerkausbau betreiben müsste quasi. Laut Huawei und einer neuen Studie müsste Europa 155 Milliarden Euro bis 2025 in den Breitbandausbau investieren, um mit anderen Ländern, wie zum Beispiel Japan, mithalten zu können. Wir kommen zum ORF und zum ZDF, den österreichischen und deutschen Staatssendern. Und dort gab es heute einen traurigen Rekord. Zum ersten Mal überhaupt werden Champions League-Spiele nicht mehr bei den beiden jeweiligen staatlichen Senderanstalten ausgestrahlt werden. Den Zuschlag für die Saison 18, 19 und 20, 21 bekam ein rein Pay-TV-Sender. Im konkreten Fall werden das Sky und Dozen sein. Dementsprechend eben keine Champions League-Spiele mehr in den normalen Senderanstalten, oder Anführungsstrichen, die wir alle per Antenne empfangen können. Ökonomisch sei das Ganze nicht mehr ertragbar und nicht mehr bezahlbar, so ein ORF-Sprecher. Ja, eigentlich sehr schade. Wir werden auf PTV ausweichen müssen, sofern wir die Champions League sehen wollen. Wir kommen zu Logitech und die haben heute die Circle 2 Kamera vorgestellt. Eine Überwachungskamera, die über sehr beeindruckende Features eigentlich verfügt. Zum einen, sie kann über sehr, sehr viele verschiedene Varianten angebracht werden, ist dabei sehr klein, bringt eine Full-HD-Auflösung und ein sehr breitwinkliges Objektiv mit 180 Grad. Das schönste der ganzen Sache, es wird Apples HomeKit unterstützen kann, also dementsprechend auch mit Apple HomeKit kommunizieren und so verwendet werden. Wir kommen zu Samsung und auch die haben eine etwas traurige Meldung zu machen. Also es wird generell ein bisschen die Sendung der traurigen Meldungen oder wo man sich mit der flachen Stehen gerne auf den Kopf schlagen würde. Samsung verschickt Spam-Meldungen an seine Galaxy-Besitzer. Im Konkreten geht es um das Game Optimizing Service. Da will man an Kunden oder versendet bereits auch schon an Kunden Infos zu neuen und spannenden Spielen. Das Problem mit der ganzen Sache ist, diese Push-Mitteilungen sind von vornherein aktiviert. Das heißt, egal ob es einen interessiert oder nicht, man muss aktiv etwas unternehmen, um diese Push-Mitteilungen abzuschalten. Eigentlich sollte das nicht der Fall sein bei Smartphones, die bis zu 1000 Dollar kosten, ist das schon eine relativ traurige Sache. Stichwort traurige Sache, noch ein anderer Fall, der ja amüsant für mich ist. Amazon betreibt ja seit längerem das Amazon Smile Programm. Da kann man mit seinen Einkäufen wohltätige Organisationen unterstützen. Eine davon ist zum Beispiel Foodwatch. Und Foodwatch hat jetzt eine dieser Überweisungen abgelehnt. Grund dafür, im Endeffekt wurden sie nicht gefragt, bevor sie in dieses Listing aufgenommen wurden. Auf der anderen Seite finden sie die Ausbeute ein bisschen zu gering. Sie hätten 83,15 Euro bekommen sollen für 16.630 Euro Umsatz, die Kunden mit ihnen im Smile Programm quasi gemacht haben. Wir kommen zum Google Pixel 2 und das soll ja dieses Jahr im Herbst dann kommen. Und mittlerweile ist raus, dass wahrscheinlich LG der Fertigungspartner sein wird. LG hat bereits schon eigentlich Handys für Google in der damals noch Nexus-Linie gefertigt. Da lief es bisher aber nicht so großartig berauschend. Das letzte war das Nexus 5X. Ein eher günstiges Handy, das damals gegen das 6P antreten musste, das wir vor allem im letzten Jahr dann noch sehr, sehr stark im Abverkauf gesehen haben. Wir hoffen, es läuft mit dem Google Pixel 2 besser. Wir kommen zum Intel Core 9, dem neuen großen Rechner quasi aus dem Hause Intel. Und dort gab es jetzt auf der E3 die Ankündigung, dass der Prozessor wesentlich früher verfügbar wird als erwartet. Im Endeffekt wird das 4, 8 und 10 Kernmodell bereits ab nächster Woche herausgeliefert. Für alle die, die auf den starken 18 Kern erwarten, wird es allerdings wesentlich später. Da schließt man erst im Oktober, also rechnet man erst im Oktober damit, dass der Prozessor dann verfügbar wird. Ein bisschen schade für alle die, die auf den tatsächlich ganz, ganz starken Chip warten wollen. Das wird auch der sein, der wahrscheinlich im iMac Pro dann drinnen sein wird, der letzte Woche vorgestellt wurde. Wir kommen zu Instagram und da gibt es jetzt ein Feature, das bereits länger im Beta-Test war für alle. Ihr könnt Fotos, die ihr nicht mehr in eurer Timeline haben wollt quasi, also wollt, dass sie Leute sehen von euch quasi, archivieren. Was ist der große Vorteil? Dinge, die ihr archiviert, könnt ihr später auch wieder freischalten. Heißt, sie gehen nicht verloren, sie werden vorherst nur nicht angezeigt. Wir schließen mit einer kleinen Game-News. Dort hat Sony heute auf der E3 einige Sachen vorgestellt. Unter anderem wurden wieder Verkaufszahlen, dann auch durchs Netz getrieben, 60 Millionen PS4. Das soll die Info aber nicht sein. Die Info ist eine wesentlich spannendere. Sony hat PlayLink vorgestellt. Dabei werden iOS- und Android-Geräte mit einer Begleit-App ausgestattet und werden so quasi zum Second Screen für Playstation-Spiele. Dabei kann man nicht nur Dinge ansehen, sondern kann auch Ansichten wechseln, pinchen, ziehen, drehen. Man kann oft mit der Kamera zugreifen, man kann oft mit den Displays malen. Das heißt, das Ganze geht schon ein bisschen über diese bekannten Company und Apps, die sonst eigentlich geht hinaus. So zu allem, ja, ganz spannende Gesichter, finde ich. Das einzige Problem ist, ja, die Spiele, für die das Ganze angekündigt wurden, jetzt bisher sind es nicht so die großen Triple-A-Titel, sind vor allem mal so Kinder- und Partyspiele, zum Beispiel That's You, Hidden Agenda, Frantix, Singster Celebration und Knowledge Power. Ab 4. Juli geht's los, kostenlos bei Playstation Plus. Das war's für die heutige Ausgabe. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen, trotz Feiertag, wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.